Ja, danke vielmals. Ich habe extrem viel bestellt und es ist mehr eine Verlegenheitsübung, weil ich eigentlich gar keine Ahnung hatte, was ich da machen soll. Dann habe ich gedacht, 13 Minuten Giga spielen wäre am einfachsten. Das wäre aber vielleicht auch etwas billig. Und darum habe ich gedacht, jetzt muss ich als Musiker auch mal mir ein paar Gedanken darüber machen, was ich eigentlich mache. Das ist schwierig. Man wird von Bühne zu Bühne geschoben und steht auf der Bühne und macht etwas. Aber warum man das Ganze macht, weiss ich eigentlich auch nicht so recht. Und darum ist das vielleicht ein Weg, das herauszufinden. Ganz kurz über meine Biografie. Ich habe Giga studiert an der Jazzschule in Bern. Nachher ein Jahr und dann zwei Jahre in New York, in der New School. Und das war ein sogenannter Bachelor. Dann habe ich ein Jahr lang gebraucht, um mich vom Jazz, das war wirklich eine Jazz-Jazz-Schule, fast Nazi-mäßig. Fast Nazi-mäßig ist das verfolgt worden. Ich habe ein Jahr lang gebraucht, um mich davon zu lösen. Ich durfte im Mondial, in Yverdon, an der Expo, einen Musikclub betreuen. Also die Musiker betreuen. Und die Musiker sind von der ganzen Welt gekommen. Und dann mit dem viel Geld, das ich plötzlich hatte, nach einem halben Jahr, bin ich die Musiker besuchen. Also ich habe eigentlich wirklich ein halbes Jahr keine Giga gespielt. Es war wirklich ein Ablösungsprozess, den ich gebraucht habe. Und nachher bin ich in die Länder gegangen, und habe Nadis noch wieder angefangen, Giga zu spielen. Dann habe ich ein wahnsinniges Giga-Manko gehabt, weil ich in der Jazz-Schule war und es gibt keinen Jazz-Giga-Lehrer. Das war auch ein Problem von mir. Aber irgendwie haben sie gefunden, der ist noch musikalisch, den nehmen wir trotzdem auf. Ich habe Schlagzeuger gelernt, bei Pianisten, Saxofonisten, allem möglich, aber nie bei einem Giger. Und das hat sich in meiner Intonation und Gigerbogentechnik extrem bemerkbar gemacht. Ich habe dann gefunden, ja gut, wenn wir schon in Zürich sind und wir haben ein Konservatorium vor der Haustür, das sehr günstig ist, um hinzugehen zu Amerika, dann mache ich noch zwei Jahre Klassik. Was ich dann auch gemacht habe und wirklich musste kämpfen, sehr 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 viel geübt habe, um diese drei Jahre aufzuholen und mich wirklich dieser Musik verschreiben. Gut. Was mache ich jetzt? Jetzt bin ich so genannt selbstständiger Musiker. Ich habe eine Band, die ich jetzt seit zwei Jahren verfolge. wir haben eine CD draussen. Ich schreibe Musik für die Band. Ich organisiere das ganze Tram-Tram rundherum. Und ich habe zwar eine Managerin, die das sehr toll macht für mich, weil eine könnte das wirklich nicht. Aber das ist so mein Kind. Das ist so das eine. Das andere ist, wie gesagt, ich suche immer wieder neue Synergien, neue spannende Leute, wo ich mich austauschen kann. Das kann auch bildende Kunst sein. Es kann egal was sein. Ich suche immer wieder Projekte, wo ich Nährstoffe bekomme. Weil sonst eben verblöde ich irgendwann, wenn ich da von Bühne zu Bühne geschoben werde. Und einfach das mache, was ich immer mache, weil es funktioniert. Genau, auf die verschiedenen Projekte kann ich sonst noch eingehen. Was mir bei den Geigen extrem wichtig geworden ist, ist den Gesang zu imitieren. Also ich habe irgendwann gemerkt, es können so viele Musiker so extrem gut spielen. Sie können so schnell rauf und runter spielen. Das werde ich wahrscheinlich nie wirklich erreichen. Weil ich nicht von so klein gedrillt worden bin. Darum muss ich irgendwie herausfinden, was geht es eigentlich in der Musik. Was wollen wir eigentlich transportieren? Wenn wir eine Virtuosität transportieren? Oder wenn wir eine Aussage transportieren? Und ich habe einfach gemerkt, dass bei Stimm, Stimm ist das Persönlichste. Das ist das, wenn ich jetzt mit Ihnen rede, können Sie ganz viele Assoziationen, Sie können sich identifizieren, wer ich ungefähr bin, an meinem Wortlaut, an all den Sachen, am Text, den ich sage natürlich. Jetzt versuche ich mit der Geige, den Gesang, ein Leadsänger zu sein von einer Band. Das ist ja eigentlich auch etwas, das ich nie erreichen werde, weil ich nicht singe. Es ist einfach ein Geigen. Ich versuche aber, durch den Atem zu imitieren. Mit dem imitieren des Atem, bin ich ein menschliches Stimmorgan am nächsten. Daher ist dasdedorzeste. Es gibt die, im parliamentium, die k burnsam, die die stundenlang aufbauen und runter können. Es hat keinen natürlichen Fluss. Oder dass es dort hat! Ein gl Sonra, ich habe voraller misin in den anderen Band. No, il Trello es einem kleinen Akkordeon von Argentinien Und die haben unglaublich, wenn sie ziehen, können sie nicht einfach wieder stossen und es kommt gleich da und dann kommt ein anderer. Das heisst, sie müssen immer schnaufen, also meistens sind es die, die so und dann schnaufen, raus schnaufen und dann rein spielen. Und das ergibt sich immer, dass die Bandoneonisten für mich eine unglaublich natürliche Art von Spielen haben. Und da habe ich das angefangen, imitieren, einfach nachzuspielen und ich habe das Gefühl, das hat mir extrem viel gebracht. Das ist jetzt ein bisschen technisch mit dem Bogen, wenn ich den Bogen lege oder ganz weit vorne beim Griffbrechen spiele, dann macht es so, ganz einfach gesagt, es ist wie eine Imitierung vom Schnaufen. Dann ist auch, was auch wichtig war, ist genau, wenn ich etwas spiele, einen Song spiele, der Text hat, wie spiele ich die Melodie, wenn ich den Text kenne? Und wie spiele ich ihn, wenn ich keine Ahnung habe, was der Text ist? Und ich habe einfach gemerkt, wenn ich den Text kenne, dann bekommt die Melodie viel mehr Tiefgang, als wenn ich den nicht kenne. Ich spiele ihn anders, das ist ganz klar. Auch wenn Sie das jetzt nicht hören und wie Sie den Text nicht kennen. Wir sind an einer neuen CD am Arbeiten, die jetzt eigentlich abgeschlossen ist. Vielleicht zeige ich dann als Urweltpremiere noch einen kleinen Ausschnitt davon. Bei dieser CD habe ich tatsächlich bei den Stücken, zum Teil bei der Melodie, einen Text geschrieben, den ich selber für mich weiss, aber niemand anderer weiss. Und das ist einfach bewusst so, das soll auch so bleiben vorläufig. Aber das habe ich dort angewendet. Was auch noch wichtig ist, wenn man generell über die Komposition redet, es gibt ja das Bauchgefühl und es gibt den Intellekt. Also ich bin völlig verbildet, sagen wir es mal so. Ich habe drei Jahre Bachelor und zwei Jahre Master in zwei verschiedenen Sparten. Ich bin eigentlich total verbildet und das hat auch eine riesige Gefahr für sich, dass man eigentlich nur noch in diesen Bildungsstrukturen denkt und nicht mehr offen ist für uns. Und so habe ich immer versucht, extrem kindlich und offen und unverblümt an etwas hinzugehen. Und dann gibt es eben ein Bauchgefühl und es gibt den Intellekt. Und beim Bauchgefühl habe ich einfach gemerkt, wenn ich es drei-, viermal hintereinander mache, etwas schreiben oder etwas losen oder etwas komponieren. Und ich habe immer ein gutes Gefühl dabei und das Gefühl wird noch besser. Dann ist das eine Bestätigung und ich habe gemerkt, dass der Intellekt sich extrem schnell beeinflussen lässt. Wenn ich mit jemandem rede und ich habe meine intellektuelle These, dann kann er sie innerhalb von einer Sekunde wieder legen und ich tendiere gerade in diese Richtung. Während mein Bauchgefühl eigentlich immer bei mir bleibt. Das ist etwas, was für mich noch wichtig geworden ist. Trotzdem ist der Intellekt natürlich extrem wichtig. Genau. Zum Kompositionsprozess dieser neuen Musik. Ich würde Ihnen gerne ein Beispiel zeigen. Und zwar haben wir ein Stück, während wir die Stücke der letzten CD gespielt haben, regelmässig etwa 50-60 Maler Konzerte in Europa. Irgendwann habe ich gemerkt, ich brauche mal eine gute Zugabe. Ich habe eine Zugabe geschrieben und wir haben die Zugabe gespielt und ich dachte, ja gut, dann kommt die auf die neue CD. Jetzt sind wir im Studium und nehmen die Zugabe auf und es klingt total banal und belanglos. Weil es einfach nicht an diesen Ort passt. Das ist unglaublich. Also an einer Zugabe, nach einer Stunde intensiver, auch schwieriger Musik, ist eine solche Zugabe sehr willkommen. Aber auf der CD funktioniert es überhaupt nicht. Und dann haben wir gemerkt, wir müssen uns einfach beschränken auf 8 Takt von dem ganzen Stück. Und weil wir gemerkt haben, das sind die aussagekräftigsten Takt. Was können wir mit denen machen? Jetzt haben wir die Takt einfach wiederholt und aufgebaut und aufgebaut und aufgebaut. Und das Stück heisst Infinite Inhale. Das hat dann natürlich einen anderen Titel bekommen. Das heisst Endloses Einatmen. Und ich versuche das jetzt mal abzuspielen, zumindest einen Teil davon. Weil ich die Zeit natürlich nicht mehr im Griff habe. Ich habe es eigentlich erstes Mal gehört. Ich habe es eigentlich erstes Mal gehört. Ich habe es gleich noch immer wieder. Ich habe es manchmal wieder in die Zeit. Ich habe es wirklich erstes Mal gehört. Aber auch immer wieder da, wenn ich die Zeit beklebt. Und ich habe das in der Zeitpunkt. ich habe es vielleicht auch nicht mehr in den Zeitpunkt. Ich habe es einfach einenquiTheyckik ausgeführt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020